Herzlichen Dank, herzlich willkommen zu dieser Ausstellung. Es ist ein Projekt, was Menschen zusammenbringt, die sich auch an der Universität gar nicht so oft treffen. Naturwissenschaftler und Künstler. Es war interessant im Labor zu sehen, wie sie arbeiten und was für interessante Gegenstände herumliegen, die für uns ja nicht alltäglich sind, für die Chemiker vielleicht doch, und wir sie jetzt auf einen ganz anderen Blickweg durchgetrachten. Also das ist meine Arbeit, die heißt High Pressure. Die soll zeigen, dass die Chemie ein Dschungel ist aus unterschiedlichen Reaktionen, die man selbst eigentlich als Laie nicht versteht und nur wenn man eben eingearbeitet ist oder sich mit den einzelnen Stoffen beschäftigt, kennt man sich besser aus. This picture was taken in my lab from this photographer, Margherita, he took the picture, because we could just play with all the chemicals and try to make some funny colored solutions. Die Arbeit mit dem Studierenden hat total viel Spaß und Freude bereitet. Wir haben im Seminar konstruktiv zusammengearbeitet und auch mit den Chemikern. Hatten wir einen tollen Austausch.